Beim Helm nicht, nee, nee. Yo, perfekt. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und dann loge ich mich auch schon auf den Server ein. Ach man, ach man, ach man. Zweite Folge, zweite Folge, zweite Folge. Wir haben nichts mehr zu essen und ich versuche einfach mal nach Hause zu kommen. Ähm, hier. Ich gehe jetzt wieder nach Koordinaten und dann gehen wir einfach mal, ja, in die richtige Richtung jetzt. Ja, das kann sowieso nur die richtige Richtung sein. Ich sollte halt nicht sprinten am Abend, aber... YOLO, denke ich mir da so. Kommt her ihr Küh. Ah! Alter, schreck mich doch nicht so. Stell dir vor, hier wäre irgendwo eine Hexe, alter. Stell dir das einfach mal vor. Alter, du. Du freches Biest, alter, was willst du hier von mir? Ja, was, ja, was, 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 was willst du von mir? So. Das Fleisch haben wir jetzt hier auch noch. Gut, dann müssen wir hier lang. Ich habe nämlich mir meine Koordinaten hier aufgeschrieben. Äh, hallo, hallo. Ich würde, ich würde dich tüten. Ich, 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 ich tüte dich jetzt. Da unten sind auch noch Kühe, aber... Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. So. Ich gehe auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das ist dann schon viel wert. Oh, hör auf. Dieser Sprint-Bug, ne? Also so, ich drücke jetzt einfach Steuerung. Ähm, oder? Ach so, nee. Das ist ja jetzt, ähm, weil ich Optifine drin habe, sprintet man dann nicht. Hm. Das ist natürlich doof. Ähm, auf jeden Fall weiß ich jetzt, ähm, ungefähr wo die Basis ist. Ich habe da nämlich jetzt auch die Koordinaten angemacht. Da kann ich dann mir immer rausschreiben, wo die lieben Koordinaten hier sind. Er verfolgt mich auf jeden Fall nicht. Finde ich sehr, sehr schade. Ähm, PvP war nämlich eigentlich geplant, dass es ab Dienstag ein ist. Jetzt haben wir mittlerweile Mittwoch. Ähm, ah, dass PvP, ja, ab Dienstag ein ist. Jetzt haben wir Mittwoch. Finde ich schade. Ähm, denn ich hätte mich echt jetzt riesig auf einen Kampf gefreut. Das wäre einfach so episch gewesen, wenn ich, ähm, da jetzt den lieben Herrn töten hätte können. Aber was nicht sein will, ähm, will nicht so sein. Und so ist es nun mal. Ich glaube, da hinten, das ist eh schon unser, unser kleiner Berg hier. Man muss ja nur wissen, man muss nur wissen, wo man hin muss, ja. Dann, dann, dann ist alles ganz chillex. So. Ähm, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder einiges an Zucker dort. Das heißt, wir können wieder Bücher machen und dann wieder verzaubern. Ist es, ist es, ist es. 100 auf 189. Okay, das dann wird schon wieder ein bisschen zu viel. Das hier oben, da müssten wir eigentlich sein. Ähm, ja, hier. Hier, hier. Ah, hier ist unser Eingang. Oder? 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 Oder, 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 oder nicht. Ähm, ich guck hier mal ganz kurz. Nein. Ah, da hinten! Ich seh schon, ich seh schon unseren Ofen. Okay, gut. Schade, schade, schade. Och man, Leute, also. Ich hoffe nicht, dass der liebe Lucas von GoldblockTV, ähm, die Koordinaten eingemacht hat, weil sonst, ähm, finden die uns hier. Und jetzt ist meine Spitzhacke kaputt. Ach, auch nicht schlimm. Ne, ich glaub ich hab gar keine mitgenommen. So war's. So rum war's. Ähm, hier. Zack, zack, zack. Und zack, damit's hier auch nicht rein regnet. Und, och, schön. Wie schön ist das hier. Dann können wir uns hier wieder das Zuckerrohr, Zuckerrohr, ähm, rausnehmen und uns dann gleich, wenn wir das Fleisch reingetan haben zum Braten, äh, haben wir kein Fleisch mehr? Michi, bitte. Ähm, wo ist das denn? Wo ist denn unser Fleisch? Ähm, Kacke. Hatten wir keins mehr? Hatten wir echt keins mehr? Sieht so aus, nämlich. Es sieht so aus. Schade. Müssen wir uns wohl noch ein bisschen um Essen kümmern hier. So, Moment, zack. Also hier beim Laufen, also wenn du da Gegner suchst, da hast du ja so schnell alles weg hier. Aber ich versuche einfach dann noch, ähm, Obsidian zu machen. Wenn, für den, für das Nähte, Dingsbums. Aber, ähm, erstmal Papier. So. Papier, Papier und zack. Jetzt haben wir einiges an Papier. Ähm, können auf jeden Fall hier mal fünf Bücher machen, das ist natürlich super. Und, jedes Buch verzaubern wir jetzt auch natürlich gleich. So, zack. Nummer eins ist Schutz. Perfekt. Effizienz. Hm, nicht unbedingt. Stärke, nicht unbedingt. Äh. Effizienz auch nicht unbedingt. Und wo ist jetzt mein anderes Buch? Habe ich das jetzt weggeglitscht? Ach ne, es liegt hier. Und wenn hier jetzt noch schärfer raufkommt, das ist das, was ich möchte. Das ist das, was ich möchte. Hast du gehört? Oh, Stärke. Schade. Ich hätte mich jetzt so gefreut, aber nein, nein, nein. Ähm, Schutz ist schon mal gut. Da können wir uns dann die, ähm, Brust darauf dann verzaubern. Aber ich guck jetzt mal ganz kurz, wenn ich mir hier den Helm nehme. Ähm, zack. Auf Schutz. Okay, gut. Ähm, denn dann können wir uns nachher einen Schutz-2-Helm machen. Ja, Schutz-2-Helm, das reicht. Da brauchen wir keinen Schutz-3. Beim Helm nicht. Nee, nee. Yo, perfekt. Und die anderen zwei Sachen verzaubern wir auch noch auf Level 1 jeweils. Oh, jetzt habe ich den Bogen rausgebrochen. Ey, was... Was ist denn los mit mir? Oder? Wo ist mein Bogen? Wo ist mein Bogen? Ach, hier. Alter, was, was buggt das denn hier gerade so rum? Kann sein, dass bei mir lag? Kann das sein? Schusssicher. Okay. Wenigstens vollkommen verzaubert. Aber wie gesagt, Leute, ich bin auf Kampf eingestellt. Ich habe richtig Bock zu kämpfen. Das macht mir auch richtig, richtig viel Spaß. Bone Meal können wir jetzt wieder machen. Da oben kommt das Trampeltier. Mein Bruder. So. Ähm, zack. Zaaack. Ich nehme auf. Ich nehme auf. Ich nehme auf. Okay, gut. Ich musste sie mir nur mal vorsichtshalber sagen. Zaaack. Zaaack. Ne. So. Gut, dann haben wir hier das Brot. Jetzt müssen wir eigentlich wieder raggen. Ähm, wo ist denn unsere Spitzhacke hier? Ah, hier ist unsere Dierspitzhacke. Dann bauen wir uns hier mal raus. Hallo? Hallo, hallo? Ist da jemand? Oh, hier hinten sind Schweine. Gut. Die holen wir uns. Die holen wir uns und dann ist alles in Ordnung. Ne, ne, ne. Weißt du, was ich mache? Ich habe ein Feuerzeug. Ja, ja, ja. Und ich mache das jetzt immer so. Komm her, Hühnchen. Hallo? Äh. Brennst du mal? Komm her, Hühnchen. Oh, geil. Dann haben wir gleich gebratenes Fleisch. Das ist richtig nützlich. Ähm. Kannst du mal hier aus dem Wasser rausgehen? Ach, komm hoch. Jetzt, jetzt glitscht das hier. Was ist denn los? Ja, komm raus hier. Wir kommen raus. Und jetzt? Nein. Ja, es wollte noch gerade so ins Wasser gehen. Ey, ich möchte nicht brennen hier. Ähm. Ja. Also auf jeden Fall, Leute, möchte ich ganz, ganz viel mit Lava und Feuer arbeiten, wenn es zum Kampf kommt. Kuh. Renn doch nicht so panisch rum, ey. Das bringt sich gar nichts. Deswegen wirst du nicht irgendwie weniger sterben. Gut. Jetzt haben wir wieder Leder. Das heißt, wir konnten uns wieder Bücher machen gleich. Ähm. Ähm. So. So. Ähm. Gut. Drei gebratenes Fleisch. Das ist super. Ähm. Falls wir hier noch irgendwas sehen. Das sehen wir aber nicht, oder? Nee. Eine Kuh wäre vielleicht noch ganz geil. Wegen bisschen Leder. Zwei Leder. Das sind zwei Bücher. Und kannst du deinen Sound bisschen runterdrehen, Michi? Weil es ist einfach so laut. Und hört alles. Und jetzt? Jetzt nicht mehr. So. Hm. Ich geh jetzt erstmal hier hoch. Ach man. Das ist jetzt echt kacke. Und er ist jetzt auch vom Server, ähm, ähm, nicht mehr, also er ist nicht mehr drauf. Weil er hat wahrscheinlich jetzt schon die zweite Folge vorproduziert. Oder war, oder ist jetzt schon zumindest fertig mit dem Aufnehmen. Und er kommt nicht mehr und ich möchte ihn auch noch so gerne töten, aber... Ach man, ich hätte ihn vielleicht richtig noch bekommen. Ach man. Nur weil PvP noch aus war. Da muss man sich echt besser drum kümmern, wenn man... Ey, das ist... Das geht so nicht. Hier muss doch jetzt irgendwo unser Basis sein. Wo ist es denn? Ach. Hier irgendwo. Hier. Hä? Ach hier. Ja. Manchmal bin ich halt ein bisschen blind. So. Gut. Ähm. Wir machen uns jetzt hier erstmal eins. Zwei Bücher. Ups. Wo haben wir es denn? Hier. Zwei Bücher. Und ich hoffe einfach, dass zweimal schärfer rauskommt. Ich weiß sowieso, dass das nicht zweimal schärfer rauskommt, aber... Effizienz und... Effizienz. Und... Effizienz. Das ist doch nicht mehr normal hier. Hm. Effizienz und Effizienz ergeben. Effizienz zwei. Dann habe ich hier drin noch Effizienz, oder? Effizienz... Schutz. Effizienz zwei. Da habe ich auch schon ein Effizienz zwei Buch. Und wenn ich das dann mit Effizienz zwei und Effizienz zwei mache, dann habe ich Effizienz drei. Bringt sich Nemesis der Gliederfüßer? Ähm... Nemesis der Gliedfüßerung weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich... Ich habe zu wenig Level leider. Hm. Schade. Schade, schade. Auf jeden Fall, ich esse jetzt einfach mal was. Und ich weiß ja nicht... Ähm... Wie lange ich jetzt schon aufnehme. Moment. Ich guck mal ganz kurz nach in die Konfi. Ähm... 17 oder 38. Ich glaube, Leute, ich... Ich möchte echt dich überziehen. Ähm... Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir jetzt wirklich schon so viel gemacht haben. Aber... Das Ender-Portal möchte ich dann gerne hier hinstellen. Äh... Hier. Rein. Ja, das ist super. Hier. Ähm... Also, es muss erstmal eins, zwei, drei breit sein, glaube ich. So. 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 Ne, es muss doch vier breit sein, glaube ich. Ähm... Ähm... Ne... So geht das, denke ich, auch. Und ne, da habe ich dann hier jetzt einen Fehler gemacht. Da muss ich das jetzt nochmal abbauen. Denn, ähm... Ich glaube, mit Sex geht das nicht, ne? Ach, mit Sex? Ne, mit Sex auf jeden Fall gar nicht. Ach, ne! Huh! Muss ich da runter und das extra aufsammeln hier? So. So. Ich muss auf jeden Fall hier... Zack. 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 Yeah! Ach, ne. Ich muss ja hier oben noch zwei hinmachen. Ähm, das heißt, ich bräuchte einfach nur Wasser und das muss ich einfach nur über Lava gießen. Aber ich habe ja kein Wasser. Aber ich könnte was probieren. Aber ich könnte was probieren. Was probieren, was vielleicht ganz toll ist. Ähm... Aber ich glaube, das wird zu Stein. Und es wurde zu einem Obsidian. Okay, gut. Das ist ja schon mal gut. Ähm... Jetzt haben wir aber keine Lava mehr, ne? Ähm... Dann hole ich mir das hier jetzt erstmal. Eins. Äh... Wo ist das denn? Hier. Ähm... Und dann werde ich mir noch eins holen. Irgendwo muss doch hier noch Lava sein. Ich... Ich spüre das. Und nach vorne will ich jetzt echt nicht laufen. Ja. Hör, was ist los mit dir? Was ist los? Bist du gleich tot oder was? Oh, tut mir leid. Ähm... Oh, das ist eh gut. So, ähm... So ein bisschen... Ähm... Die Sachen hier töten. Ich weiß noch nicht, wie... Wie... Wie kann man denn einen... Ähm... Mob-Spawner abbauen? Kann mir das jemand bitte in die Kommentare schreiben? Also... Wenn ihr wisst, wie man einen Mob-Spawner... Aua. Äh... Wenn ihr wisst, wie man einen Mob-Spawner abbaut, dann schreibt es mal in die Kommentare. Weil ich weiß das nicht. Und ich möchte ja eigentlich... Ähm... Auch eine Mob-Falle bauen. Könnt ihr euch mal bitte alle hier verpissen? Ihr geht mir so am Arsch vorbei. Ähm... Ich brauche doch irgendwo noch Lava. Das kann ja nicht sein. Unten in unserer Höhle wäre noch so viel Obsidian. Aber ob wir da jetzt extra runtergehen sollen, ich weiß es nicht. Zack, 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 zack. Aua. Aber jetzt tut es mir langsam weh, ja? Jetzt tut es mir langsam weh. Spaß ist gut, aber das ist einfach nur zu viel. Wie viele mobben hier schon richtig. Aua. Lass mich jetzt hier weg. Lass mich jetzt hier weg. Zack, 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 zack. Ich geh weg. Ha. Du kommst hier nicht rein. Ha, 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 ha. Ähm... Schnell was essen hier. Oh, ich glaube das ist jetzt fertig. Yeah. Nein! Es war noch nicht fertig. Oh, nee. Schade. Effizienz und Effizienz. Gut. Auf jeden Fall freut sich meine Spitzhacke auf Effizienz hier. Kann man die irgendwie reparieren oder so? Ganz gratis. Dies, das. Äh... Sie ist weg. Nee, doch nicht. Nee, zum Glück, ey. Zum Glück, ey. Ähm... Ich packe jetzt einfach... Ich packe jetzt einfach Effizienz 2 drauf. Ist mir egal. Ähm... Kacke. Bringt sich jetzt nichts, denn, ähm... Ich hab nicht genügend Level. Das einzige, was ich jetzt noch machen will, ich geh da jetzt noch ganz schnell runter und gucke, ob wir vielleicht doch noch Dinge hier haben. Obsidian. Oder ob hier irgendwo noch Lava wär. So, auf jeden Fall... Boah. Ganz runter hier. Puhuhuhu. Ach man, Leute, ich muss einfach nie ans Mikrofon gehen. Ich merke dann selber, dann wird die Audioqualität besser, aber... Ich kann ja nicht immer so in der Facecam sitzen. Das sieht ja scheiße aus. Alter, sind wir jetzt dann endlich mal unten hier? Oh, ich hör so extrem laut die Lava hier. Ich weiß einfach, sie ist hier irgendwo... Oh! Hier, oder? Ups, nein, 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 das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Ah, hier ist unser alter Gang. Guck dir das mal an. Oder? Ist das unser alter Gang hier schon, ne? Ich möchte mich da jetzt aber gar nicht irgendwie verirren oder so. Ähm, ich möchte da einfach jetzt nur zurück... Zurück ins Geschehen. Ähm... Hier. Wenn man hier unten ist... Man hört sie einfach sehr, sehr laut. Und ich möchte sie eigentlich auch gerne haben, aber... Ich weiß ja nicht genau, wo sie ist und ich kann sie jetzt auch nicht... Direkt zuordnen. Ich glaube, die muss hier irgendwo sein. Ich höre sie so ganz laut schon. Ach nein. Über uns? Ja, auf keinen Fall. Ähm... Mal eine Fackel hier hin. Ich wo... Ich weiß, dass hier irgendwo was ist, aber... Das ist echt schwer zu sagen. Also... Ähm... So, zack. Ich höre nichts. Das kann das doch nicht sein. Ähm... Ey, Leute. Ich bin irgendwie komplett blöd oder so. Ich finde das einfach nicht. Es ist schon extrem laut. So, als wäre es gleich neben mir oder so, aber... Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht weiter unten noch. Ich weiß es auch nicht. Mh... So, ein paar Fackel... Oh, jetzt ist es extrem laut. Eisen. Nehmen wir natürlich mit. Das kann es nicht sein, Leute. Es ist halt, dass ich nichts sage, aber ich muss da hören. Und wo die Lava ist, aber... Wirklich, man hört... Man hört einfach was, aber man kann es nicht zuordnen. Das ist schlimm. Hier drin dann vielleicht... Ich weiß es ja nicht. Denn daraus könnten wir dann Obscene machen. Uns fehlt ja nur noch einer. Och, Mann. Ja, auf jeden Fall irgendwo hier. Ich... Ich... Ich grabe mich mal noch ein bisschen runter. Oh. Sie ist einfach gerade so extrem laut bei mir. Oh. Ich habe sie gefunden. Gut. Yeah. So. Zack. Runter. Ah, ist das nicht das, was wir auch damals hier gefunden hatten? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall geht es da dann auch wieder hoch. Ich mache hier mal alles voll. Und hole mir hier das Eisen so. Kannst du bitte aufhören zu flüstern oder irgendwas zu machen? Das hört man alles in der Aufnahme. Okay. Perfekt. Gut. Einen Moment. Ich guck mal, ob da drunter jetzt eh nichts ist. Nee, gut. Dann kann ich mir das hier super relaxed holen. Perfekt. Das hole ich mir noch und dann hole ich mir noch eins. Und das muss dann eigentlich meiner Meinung nach reichen. Oder? Ähm, ich gehe jetzt denke ich schon hoch. Ähm, wo ging es da nochmal hoch? Ähm, hier denke ich. Ja. Hier. Zack, zack, zack. Ich wusste irgendwie, ich muss mich noch runter graben, weil... Ähm, anders könnte ich mir das irgendwie nicht vorstellen. So. Wie geht es denn da jetzt wieder hoch? Och man. Das kann es ja nicht sein hier. Jetzt weiß ich ernsthaft den Weg nicht mehr, oder was? Oder was ist los hier? Hier. Hier. Hier hoch. Nee, da habe ich mich doch gerade hoch gebaut. Ich Idiote, ey. Runter da. Ähm. 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 Hier nicht, ne? Auf Ebene 15. 16. Hier. Hier. Ich denke hier. Hier. Geht unsere Wendeltrippe dann hier irgendwo nach oben. Ich weiß das doch. Und jetzt sind wir wieder in der verflixten Situation. Ach ich... voll leid. Aber ich möchte dann immer in der Folge noch was Produktives geschaffen haben. Geschafft haben. Und das ist jetzt nun mal hier das Enderportal. Ähm. So. Hier hoch. Hier hoch. Dann die letzten Klötzchen noch ran bauen. Oh nein. Das wollte ich jetzt nicht. Hä? Wieso geht das denn nicht? Ich weiß. Ich bin so ein Idiot. Es muss hier glaube ich 3 hoch sein, ne? Glaub ich. Ja, ich glaube das muss hier noch 1 hoch sein. Ähm. So kann das nicht gehen. Es muss 3 hoch sein auf jeden Fall. Ähm. Oh, das bedeutet wir bräuchten noch 1. Und ich möchte jetzt aber keins mehr holen. Weil das ist einfach... Das würde jetzt zu lange dauern. Okay Leute. Ich würde einfach mal sagen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Last Team Sending. Haut rein. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Konstruktive Kritik. Dich vergessen. Und ich würde sagen, das war's. Und tschau. Oh. Noch ausloggen. So. Und tschau. Tschau. Tschau.